hi ho und willkommen zurück meine lieben strategie spiel und wikinger freunde zur cultures der entdeckung winlands ja wir sind immer noch in dieser tollen krieg mission von der ich nicht wusste dass es in cultures 1 sowas geben kann das addon kann einen doch noch überraschen und ja ich bin gerade im pause modus weil wir werden wohl scheinbar verfolgt jedenfalls vor drei gegnern auch wenn ich den dritten grad nicht sehen nur auf der minimap und ja die wächter sind da oben irgendwo gut wir biegen mal weiter ins innere der karte ab deswegen bin ich noch im pause modus und jetzt gehen wir mal in die richtung wir sind gesättigt naja das nervt ein bisschen das ist eigentlich der beweis dass cultures 1 nicht bekrieg mission ausgelegt ist ja in kashos 2 ist es eher ein bisschen typisch dass man aber zu kriechmissionen kommen und wow hier bindet sich der weg in die richtung das heißt wir gehen wieder zurück es sieht noch gut aus wir haben uns ja hier in der höhle satt gefüttert kann es sein dass einfach nur der respawn angelatscht kommt von den gegnern die wir getötet haben oder kommen die uns noch hinterher sieht bis jetzt nicht danach aus das hier sieht eher aus als ob wir in der sarkasse gelaufen sind tja für solche fälle laden wir einfach neu neben den anderen weg hier gibt es noch mal einzelne bärensträucher ok 1 hier gibt es gut viel bären noch ich weiß dass es gegnerfrei ist könnte ich sie hier noch einmal essen lassen also wir haben gegner klasen ja 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 gut ja 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 Lassen wir sie in kleinen Grüppchen essen. Gut, so wie es aussieht, verfolgen die uns da hinten wirklich nicht. Die sind einfach nur Respawn-Patrouillen. Die kommen wahrscheinlich alle von hier oben irgendwo her. Und misspawnen einfach. Gut. Ich würde mal sagen, der Weg da sieht nach dem Weg weiter aus. Hoffen wir es einfach mal. Deswegen speichere ich mal den Spielstand. Alleinigermaßen gesättigt. Du, nicht ganz so. Du, auch noch nicht ganz so. Aber hey, hier gibt es wirklich genug Nahrung. So, jetzt sehen alle ziemlich voll wieder aus. Nahrung. 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 Okay, es ist auch mäßig viel Nahrung, die wir nicht brauchen. Müde sind sie gerade nicht, das ist gut. Und dann gehen wir jetzt mal hier oben lang, ich hoffe mal, dass wir hier jetzt endlich richtig sind. Und sieht fast so aus, naja, okay, ich glaube, wenn wir hier runtergegangen wären. Fackelsee bedeutet eigentlich schon mal, dass wir richtig laufen. Hoffe ich jedenfalls mal. Hier wäre auch noch jede Menge Nahrung. Wir nehmen aber mal den nahrungslosen Weg. Da drüben sehen wir auch wieder Nahrung. Oh, ich dachte jetzt gerade schon, der nahrungslose Weg, der bringt uns wieder in eine Sackgasse. Aber der Weg geht noch weiter. Um hier a pop zu enden, nein, er geht hinter den Steinen weiter. Der kann aber nicht in die richtige Richtung gehen. Außer der Schamane hockt hier innen drin. Was ich allerdings nicht ganz glaube, irgendwie. Wir gehen aber trotzdem mal zu Ende, wir können ja jederzeit neu laden. Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. ... ... ... ... ... ... ... Hm, schlingelt sich jedenfalls sehr komisch, der Weg. Ja, will. Wie gesagt, wir gucken mal, es kann ja sein, dass da der Schamane schon versteckt ist. Wenn nicht, dann laden wir und gehen da weiter. Können wir hier an dem Büsch noch mal essen. Ja, ja, Nahrungsglaubheit. So, wie es aber aussieht, ist das hier das Ende dieses Weges. Tja, wir sind den ganzen Weg umsonst gegangen und haben sehr viel Nahrung verschwendet dafür. Also nicht dieser Weg, sondern dieser Weg. So, das heißt, wir schicken die mal zum Essen. Warten, bis alle gegessen haben. Einer fehlt noch. Dann gehen wir zu den nächsten Sträuchern hier und lassen sie dann noch mal essen. So, geh mal kurz da hoch und guck mal, ob da ein Weg überhaupt weitergeht. Ja, da oben ist noch mehr Nahrung und auch eine Fackel. Das heißt, wir gehen da oben, da ist nichts lang. Ja, da oben ist noch mehr Nahrung und auch eine Fackel. So, die Frage ist nur, wo lang? Norden oder Süden? Sind alle gegessen? Nein, eher noch nicht. Er kann aber dann hier essen. Essen wieder speichern und an dem Weg weitersuchen. Die Fackel wird uns sagen, in die Richtung. Aber wir können mal in die Richtung gucken. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ah, so wie es aussieht, war der Weg richtig. Ja. Es ist jetzt nur die Frage, gehen wir hier rein? Ja, ich bin. Ja, ich bin. Und dann geben wir hier der Nahrung. Ja, ich bin. Ja, ich bin.